Marc Eggers auf dem Cannstatter Volksfest. Die große Show der. Marc Eggers begeistert beim Cannstatter Volksfest. Das Cannstatter Volksfest, eines der größten Volksfeste Deutschlands, öffnete seine Türen für zahlreiche Besucher und inmitten der festlichen Atmosphäre trat der beliebte Entertainer Marc Eggers auf. Sein Auftritt war das Highlight des Abends und die Begeisterung der Menge war unverkennbar. Eggers, der für seine mitreißenden Shows bekannt ist, verzauberte das Publikum mit einer Kombination aus Gesang und witzigen Anekdoten. Er schaffte es, die Zuschauer in eine Welt voller Spaß und Unterhaltung zu entführen. Dabei hatte er eine klare Vorstellung davon, wie er seine Fans ansprechen wollte. Er plante, die Gäste nicht nur musikalisch zu unterhalten, sondern auch durch persönliche Geschichten und Interaktionen eine Verbindung aufzubauen. Laut Berichten des lokalen Veranstalters war das Interesse an Eggers Performance so groß, dass die sicherlich überfüllte Bühne eine Vielzahl von Fans anzog, die aus nah und fern angereist waren. Der starke Applaus und die fröhlichen Gesichter im Publikum spiegelten die Freude und die Lebensfreude wieder, die Eggers ausstrahlte. Man merkte, dass die Zuschauer sich auf eine unvergessliche Nacht freuten, in der sie die Sorgen des Alltags hinter sich lassen konnten. Während der Show schaffte es der Entertainer, die Menge durch verschiedene musikalische Genres zu führen, gefolgt von einem Wechsel zwischen humorvollen Beiträgen und leidenschaftlichen Gesangseinlagen. Viele Anwesende berichteten anschließend, dass sie besonders von seiner Authentizität und der natürlichen Fähigkeit, mit dem Publikum zu interagieren, begeistert waren. Die Atmosphäre war von Freude und gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Im Nachhinein äußerte Eggers, dass er sich geehrt fühlte, Teil eines so bedeutenden Ereignisses zu sein. Er betonte, wie sehr ihm die direkte Verbindung zu seinem Publikum am Herzen liege. Sein Ziel sei es immer, alle in seinen Bann zu ziehen und ihnen einen Abend zu bescheren, den sie nicht so schnell vergessen würden. Das Cannstatter Volksfest bleibt ein wichtiger Anziehungspunkt für Menschen aus der Region und darüber hinaus. Und mit Auftritten wie dem von Mark Eggers wird das Fest unvergesslich. Die Kombination aus Tradition und moderner Unterhaltung ist es, die Veranstaltungen wie diese besonders macht und dafür sorgt, dass die Atmosphäre einmalig bleibt. Nach dem gelungenen Auftritt war nicht nur die Bühne heiß, sondern auch die Stimmung der Zuschauer. Fans und Besucher bescherten dem Fest einen perfekten Abschluss des Abends und freuen sich auf weitere Auftritte dieser Art in der Zukunft. Autor Anita Farke, Donnerstag, 10. Oktober 2024. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.